Kurz vor den Rammstein-Konzerten in Wien werden auch Vorwürfe gegen Till Lindemann aus Österreich laut. Er soll eine Frau auf ein Bett gedrückt und sie geschlagen haben. In den vergangenen Wochen haben mehrere Frauen Vorwürfe gegen Rammstein erhoben. Es geht dabei um sexuelle Handlungen und K.O. Tropfen. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur After-Show-Party kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Nach Berichten über die Vorwürfe hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann, den Sänger der Band, eingeleitet. Der Sänger wies die Vorwürfe gegen ihn zurück. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr, hieß es von seinen Anwälten. Nachdem sich die Anschuldigungen anfangs nur gegen Lindemann richteten, steht seit der vergangenen Woche auch Keyboarder Christian Flake Lorenz im Fokus. Vorwürfe gegen Rammstein Mutmaßlich gewalttätige Handlungen im Jahr 2019 Nur wenige Stunden vor dem ersten Rammstein-Konzert in Wien In diesem Jahr gibt es nun auch Vorwürfe aus Österreich. Wie der ORF berichtet, ist es bei der Tour der Band im Jahr 2019 gegen den Willen einer Frau zu einer gewalttätigen Handlung gekommen. Die Betroffene schilderte dem ORF ihre Erlebnisse mit Lindemann. Sie sei von Rammsteins Casting-Direktor Alena M. auf Instagram angeschrieben worden. Dabei sei der Betroffenen in Aussicht gestellt worden, Lindemann und die anderen Bandmitglieder persönlich zu treffen. Sie habe das Angebot nicht ausschlagen wollen. In einer Chatgruppe habe sie von Alena M. Anweisungen zur Kleiderwahl bekommen. Sie sollte sich sexy anziehen. Männliche Begleitung mitzubringen, sei verboten worden. Als die Betroffene am Veranstaltungsort ankam, habe Alena M. ein Foto von ihr und anderen jungen Frauen gemacht. Lindemann habe sich dann auf diesem Bild Frauen ausgesucht, die auf die Prä-Party vor dem Konzert eingeladen wurden. Alena M. habe der Betroffenen das Foto gezeigt, auf dem Lindemann die Gesichter der Frauen eingekreist haben soll, die zur Prä-Party kommen sollten.